Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das fast besser als den Risk of Rain. Wie Heavy Rain? Ich sag immer Heavy Rain. Risk of Rain. Ja, ist definitiv besser als Risk of Rain, weil man irgendwie... Ich find's anspruchsvoller. Risk of Rain habe ich jetzt nicht ganz so schwer gefunden. Gut, wir haben ja auf Light gespielt oder so. Was hast du schon durchgespielt? Ja, wir haben ja den letzten Pass schon mit Geld gehabt. Das ist irgendein Freak mit dem Schwert. Okay, naja, es ist jedenfalls ziemlich krass da, vor allem mit anderen Charts. Hey, da kann man ja nicht einmal eine normale Attack machen, wenn wir es... Ah, Dino, oi, da macht der Schaden. Wo ist der Dino? Ich glaube ich habe ohne die Ultrascooshy-Class 3000 erwischt. Ah Mann, der Speer hat mich echt erwischt! Nein, 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 nein! Hahaha, nein эти Speerien scheisse! Nein, nein, nicht auf mich! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Lauf, Schlampe, lauf! Alter Schwierling! Die Speerwichser sind echt krank! Das Gift sind von mir so ab, das ist so krass, das tickt mit 15. Das sieht nicht gut aus, was wir da gerade sagen. Ich bin in einer Durst, still und langsam und... Boah, der Wichser Killner, helf mir! Down! Ja, ich auch fast. Oh Gott! Da ist schon wieder so ein Spacko! Und er trifft mir wieder volle Kanone! Nein! Ui, da! Warte! Ui, ui, ui! Ui, da! Das ist so ein Spacko, der Typ. Ja, freilich! Ja, freilich! Ja, wirft mir einfach um die ganze Pemzinfila und auch! Ja, ich habe auch schon gemerkt, alter! Ich meine, die Drecki gehen halt gerade drauf, ich nehme was! Boah! Alter, 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 HELP! Komm schon bei! Das ist aber nicht der Wahnsinn an, okay. Ja, aber Gott sei Dank... ...gebt mir Heal einfach die komplette... ...Fucking Maverick! Oh, du bist Leveler vom Bezirut. Level your skills using... ...now press Corresponding Skill. Alter, es geht weiter! Oh ne, scheiß! Meine Punkte sind jetzt blau. Und es ist wieder einzeln bloß drin. Oh Gott! Und... Oh yeah! Ohhhh... Legendary... ...Mitri... Chainmail! Richtig! Habe ich auch gerade gekriegt. 48...äh, 40 hat das. Ja, das gibt mir ziemlich weniger! Ja, bloß 80. Aber es ist nicht mehr cursed, gell? Ja, meins war auch cursed. Applies 80% hoch. Scheiß drauf! Ja, das nimm ich. Aber es geht noch 80% hoch. Ja, scheiß drauf! Die 20% weg hat da... Oh, ich habe glaube ich schon gefunden! Oh stimmt, ich könnte mal schauen, was ich sonst noch gefunden habe. Oh! Und der Kopf der... Ok, ich bin jetzt relativ gut gekriegt! Ich brauche noch ein bisschen was, bis ich Level 17 wäre! Aber es ist cool, dass man zu weitersküllen kann! Weil sonst etwas weniger Scheißküllen ist, weil ich glaube ich irgendwann heftig wohne! Jaaa, gibt es so auswählbaren Schwierigkeitsgrad eigentlich? Ich habe nichts geschenkt, ne? Ich glaube das ist einfach nur kommen so weit wie du kannst. Was haben wir denn da? High-Quality Golden Rope of Eis in Grün. Ich finde es cool, dass es den generierten Loot gibt. Oh, da gibt doch das Monster, das schaut ja geil aus. Das Krabbenviech da. Das würde gerade richtig aus dem All gibt. Oh, ich kann das jetzt tun. Du hast mir ja ganz schön aufgehört, das 0 Level. Ich bin jetzt gerade 17 geworden. Also 17, ok. Oh, stimmt. Ich meinte, du warst vorher schon 17. Ich habe gerade zu haben einen Askelentäter. Oh, das ist hilfreich, weil Y ist immer noch nicht was ist. Jetzt schiesse ich wieder ultra langsam. Da bin ich nochmal 0,3 Kohler und auf meinen Schuss zu haben wieder 0,7. Also mein Heal tickt jetzt mit 126 gemeinhaut Schuhhut-Täter. Ja, ja, aber mein Standard-Schuss. Nein, das ist der Wichser! Sie sind nicht so gut, ich fette die Kugel. Bei mir. Nein, 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 Fotze! Rally Seilings-Lochfahrt, wenn ich noch nicht aufs Maul hau'n. Unterrichter Gescheiß. Autsch. Ah, jetzt spring ich selber in den Speer rein. Wiener Ritual-Dolk. Wow! Oh, ist nicht das. Silber-Sword. Ah, nicht cool. Warum droppt jetzt eigentlich nur Silber, wenn ich eh schon immer weiß Gold droppt? Ist ja gekackt. Ja, im WoW droppt auch immer weiß Zeug. Ja, wie ist es ein Scheißspinner. Wohnen. Ja, jetzt schon. Nein, das müssen wir schon dazu sagen. X gegen früher. Nein, Vanilla war gut. Früher! Früher war eigentlich besser. Früher war mein Junge. Wie es nur schwer war. Ja, ja. Ich bin schwer. Ich bin schwer und nicht so ein Bimper. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Ah, 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 aber die sind so schnell, da kann ich nicht neu laufen. Nein, doch nicht. Über die Map. Also bis jetzt muss ich es ummachen, das Game echt fern. Das ist echt cool. Ich freue mich dann auch schon auf die anderen Charaktere ausprobieren. Damit ich weg, weg, weg. Kohlen hast du? Äh, 20.700. Okay, ich bin zu der 27.000. Uuuuuh. Ui. Meins. Beim Pyr Aura. Provide 18% Lifesteal every fourth attack. Und macht 15 Damage dazu. Oh, kuck mal. Masterwork Golden Rot. Plus 16 Damage. Plus 18 Damage. Die kaufen wir auch noch mit dazu. Kuck mal. Da, schnell den Kolben. W presidents. Das Elekt funktioniert nicht mehr. Cool. Ist nicht cool. Bin ich schon. Jetzt gehts wieder. Da will ich nicht so ein Ding. 65 Amor, 75 Damage. 18 Lifestyle. Jaaa. 99 Amor, 60 Damage. Aber 0 Lifestyle. Aber 55 Jump Strength. Ich bin bei 48 und 224 Muffinspeed. War krass. Cool. Ich weiß, wenn du bei weitem nicht so viel röst. Nein, 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 es geröstet. Irgendwie 60 meine ich. Sind wir 60 aber ja. Ja, deswegen gehe ich trotzdem down wie noch etwas. Wie viel AP hast du denn? 625. 20. Ich habe 50 mehr. Oh yeah. Haben wir mich gelernt? Ich glaube, der Bildschirm ist einfach weiter weg. Wir sehen einfach mehr. Jaja, das meine ich aber nicht. Ja. Und der hat das so. Ja, cool. Das hat mir die Debuffs so fetzig. Ja, dazu ist es auch noch kurz. Ja. Mal Eis, mal Feuer und mal Gift. Und dann sind wir nirgends. Nein, nein. Ich mache die alle 4 drauf. Okay. Muss. Ja. Ja, durch meine Brust oder durch meine Schurke. Keine Ahnung. Und als Schurke mache ich halt dieses Schwertlingsbums da. Oh mein Dolche wäre einfach nicht echt lang. Ja, meine Ahnung. Jetzt wieder. Nein, meine... Ich habe es noch gar nicht aufgegradet, meine Dolche. Okay. Ja, nicht standardmäßig so Scheiß langsam. Meiner wirft ihr jetzt seitdem, dass ihr jetzt das Blaue gemacht habt. Ah, den Blauesflug von Tagimov. Füfte jetzt wieder extrem langsam. Äh, nicht wahr? Ja. 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 Nicht ganz egal. Ja,หนa千 porque... nice. Ja. Ja. Ich kriege mit jedem Schuss... Keine Ahnung... Ich hab grad gut Schaden gemacht, gell? Was denn? Ich hab grad gut Schaden gemacht Einfach wie man die Flüge, die das Zeug so fährt, kann so viel Schaden wie ich in den Firecharts schaue und dann schaue ich dann ab und zu einfach durch alles zuhören und das kassiert und so dermaßen Okay Aber auch nicht cool Oh, da liegt irgendwo irgendwo... Ja Warte mal wieder Level ab hier Ja Legendary Hermes Boots What the fuck an die Scheiße Die sind echt richtig Scheiße Aber besser wie meine... Viel schlechter wie meine Ich verliere zwar 3 Jump Boots, aber dafür kriege ich Movementspeater, hab ich noch gar keinen Und ich verliere einen Armer Aber das Fire ist natürlich noch dabei Ja Na das will ich kriegen, so kannst du das in eine Tonne kloppen Wieder so eine Ebene Ich finde bis jetzt recht entspannt Das ist wenigstens ein bisschen Überblick Das ist wenigstens noch nicht vorbei Doch Oh 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 Frau, die Speer Nein Krabbe Ja Ich muss da immer immer Melee bleiben, dann wirft er seine Backen Speer nicht glaube ich Ja, ja so halt sieh Ich muss da immer immer bloß Melee bleiben bei den Speerchen Okay So machen wir uns auch nicht für die Schaden Z Z Ich will ja seh, was nehm ich denn Ja, ich nehme nur mein Heel und Giftwolke Das ist mein Hauptskill Na ja gut, du musst jetzt schon abwägen, weil du hast ja mit deiner Verwandlung Ja, mein Heel ist ja gleichzeitig mein Gift Und das sind meine zwei Hauptspeils in jeder Ding Also von dem her Aber als nächstes werde ich dann die Dingsform machen Einmal Melee bleiben Einmal Melee bleiben Ja 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 Es gibt mir 34 Kopie Ja 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 Oder Diamond. Achso, natürlich. Das ist Diamond und kein Methril. Diamondrod habe ich keine, oder? Doch! Nein! Gold, Gold... Nein, ich habe kein Diamondrod. Ich hätte noch lauter Diamant, Bullets, Amor und so'n Scheiß, oder? Ich hätte so viel Zeug mit Kullern Reduction zum Kaufen. Das ist Wahnsinn. Ich frage jetzt echt, was ist besser, oder? Hm. Das Geile ist jetzt einfach, du brauchst jetzt einfach kein Ding nicht. Ähm. Kann man ja, du musst jetzt echt nur auf Kullern schauen im Spiel. Ja. Ich bin schon vorbei. Ja? Ich habe ja schon weiter, gell? Ja, ja. Aber bloß hast du uns zu filmen gekriegt. Ich habe da nicht so weit. Geile Mucke! Geile Mucke! Geile Mucke! Ja! Jetzt bin ich gerade da mit dem Spielraum. Ja, du guckst! Es geht mit dem Spielraum, das ist ja egal. Ich werde mit dem Spielraum berühren. Hm. Du bist jetzt nicht so anspruchsvoll. Okay, du kriegst die Tür. Ja, weil der Postik aus dem Geschoss. Ich weiß nicht, ich setz mir Feuer da her und weich einfach die Schüsse vom Wasser aus, wenn er schießt. Ja, und ich seh jetzt einfach nur mein Totem wieder her. Jetzt kriegst du das mal. Nicht springen. Der Spirit Stone ist das. Ich hoffe, der hat jetzt drei Phasen. Ah, ganz lustig. Ich will gerade sagen, bist du da gerade draufgesprungen auf dich? Nein. Der hat meinen Skill aktiviert. Lass mal los, lass mal los. Taktik braucht ihr jetzt wirklich nicht. Mauer, was willst du denn am Boden unten bei dem Gast? Der haut zwar so stark am Boden unten aus, ja. Wir haben jetzt Fernkämpfer. Probier mich, wie es beim Fern... beim Nahkämpfer war. Und ich krieg die Schüsse nicht. Okay. Wow, der schaut immer nice aus. Mhm. Uh. Grün. Uh, da war mehr ein Grünsteck dabei. Braun. Warte, schauen wir mal auf die Seite nochmal. Okay, der Passwort, ehrlich gesagt, du bist ein langes Leben. Ja, richtig. Aber wie gesagt, das ist halt mehr so einer, der wusste, als, als, äh, als Willi wahrscheinlich dicke Probleme kriegst, weil du musst irgendwie springen, wenn du die scheiß Augen triffst. After defeating the wickiest evil inside Swamplands underground caves, you have stumbled upon some ancient writings containing clues on where the hext, the hidden axe. Thus, you still needed someone who could translate the hieroglyphs. Fortunately, you have just rescued a warlock called Sax. The spirit lord, after reading the old writings, he led your group to the frozen lake where a warlock named Jamal resides. We have the next minion monster, Jamal. Unfortunately, it seems you're too late and the troll warlord has been already kidnapped by the enemy. Setting him free is now the... ...atmost? ... ...importance, and he's the one who can connect the dots and find a portal to the land of the shadows. Aha, es macht mir mir ins Land der Schaden. Oh, ja, neust. Oh, ja, neust. Oh, this concludes the early access version of the game. Stay tuned for more content in the future updates. Yay, we're stuck spelt. In a good 2 hours. Yeah, best. Wie gesagt, für ehrliche Access während me friendship, mujo grande. Fällt mir echt gut. Fällt mir auch echt gut. Wären wir auf alle Fälle... dennoch die anderen Charaktere ausprobieren. Also du bist schon mit meiner Lobbyerin. Und... Ich bin im Hauptmenü. Okay, wenn ich Ready druck, geht dein Ready-Lampen auch. So cool. So geil. Also, wir haben jetzt einen Raziel, die Lizzie und einen Shaxx freigespielt. Okay, wir werden auf alle Fälle noch mal den Raziel ausbringen, glaube ich. Oder einen Shaxx. Shaxx ist cool, glaube ich. Deathmatch. Testchen. Anja, Ice Mystery. Okay, die Anja, Ice Mistress, hätte ich auch cooler. Sag mal, hast du jetzt auch im Hintergrund dieses... Den Hafen, das Boot. Ja, wenn ich jetzt schon gleich heran schaue. Anja, Ice Mistress, das könnte auch ganz cool sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich stehe in dem Spiel nicht so auf dem Hill ist, obwohl der Engel eigentlich schon ganz cool aussieht. Aber ich glaube, ich probiere mit dem Spiritler raus. Okay, ich glaube, ich habe es schon wieder verpackt. Weil ich auf Story Modus gegangen bin, dann auf den Shaxx, und dann habe ich auf Ready da. Das geht nichts mehr, oder? Nein, hängt. Ja. Bitte, ja. Okay. Dann, glaube ich, ist es vorbei. Also dann, man sieht sie dann bei den nächsten Episoden. Habe der Re. Und dann, Gund 엄청. Nein, glaube ich. Nein.